Hallo, Tristan hier, euer tausend gute Gründe Gärtner. Ja, heute habe ich ganz viele Pflanzen für euch dabei, aber wir reden über keine Pflanze speziell, sondern wir reden über eine Problemstellung, die ihr relativ häufig geäußert habt. Und zwar meine Pflanzen sehen im Winter irgendwie komisch aus, die wachsen nicht richtig, die kriegen Flecken, die werden braun, irgendwas sieht doof aus. Warum ist das so? Problem ist, wir haben relativ wenig Licht, wir haben sehr trockene Luft innen durch die Heizungsluft, also ist keine Luftfeuchtigkeit da. Wir haben innen, ihr wollt ja nicht frieren, eine relativ hohe Temperatur. Plus wir gießen dann relativ viel. Nächstes Problem könnte sein, wir haben relativ viel Staub auf den Blättern, trockene Heizungsluft. Somit hat die Pflanze eine Stresssituation und es kommt zu Blattrandnekrosen, sprich so Geschichten, dass die Blattränder einfach komplett eintrocknen und dann so braun werden. Sieht nicht schön aus. Nicht nur ihr friert, auch die Schädlinge, die frieren auch, die ziehen sich keine Mützen und Schalen an, die kommen einfach mit zu euch rein. Hier haben wir Spinnenmilbenbefall, das ist jetzt ein ganz typisches Schadbild, diese Aufhellungen am Blatt, dieser punktuelle Belag, kleine Gespinste, das ist die Spinnenmilbe, deswegen diese Vergilbungen schon. Wollläuse können kommen, Schmierläuse, Schildläuse, das sind so typische Anwärter, also einmal die Woche gucken. Sehe ich irgendwo auf meinen Blättern einen Belag, der da nicht hingehört, habe ich irgendwo Flecken, glänzt, was nicht glänzen darf, die Pflanze aus dem Bestand rausnehmen, in Quarantäne und behandeln, dann kriegt man das alles wieder in den Griff. Ihr nehmt euch eure Pflanzen und stellt sie einen kühleren Ort, sprich in den Hausflur, ins Schlafzimmer könnte man die stellen oder wenn ihr habt einen Wintergarten. Wenn die Temperatur niedrig ist, dann versucht die Pflanze natürlich auch nicht so wild zu wachsen, dann haben wir schon mal den Temperaturstress ein bisschen runter, automatisch wird die Erde nicht so schnell trocken, ihr werdet weniger gießen, Düngen könnt ihr auch reduzieren, aber beim Gießen ganz wichtig, wenn die Erde trocken ist, dann tränkt den Topf fünf Sekunden ungefähr, lasst ihn abtropfen und stellt es dann wieder in den Übertopf rein, dann habt ihr auch kein Problem, dass die Wurzeln Schaden nimmt. Düngen, gerade kurz angesprochen, im Winter reicht definitiv ein Drittel der Menge, vielleicht maximal die Hälfte. Ich bin tendenziell ein Freund davon im November, Dezember gar nicht zu düngen und dann erst wieder im neuen Jahr anzufangen, wenn wir auch langsam wieder in die Wachstumsperiode kommen. Hier, das ist unser Freund im Winter. Das Blatt sieht jetzt eh schon blöd aus, deswegen kann ich das machen. Wenn wir eh schon wenig Licht haben und wir haben noch ganz viel Staub auf den Blättern, ihr müsst die Pflanzen definitiv entstauben. Also wir haben eh Lichtmangel, dadurch dass es dunkler ist, Photosyntheserate geht nach unten, somit hat sie wieder Stress und das wollen wir natürlich auch vermeiden. Wer den Pflanzen was richtig Gutes tun will, der kann sogar ein Pflanzenlicht aufstellen, die gibt es mittlerweile relativ stromsparend als LED. Dann habt ihr Zusatzlicht, regt das Wachstum nochmal an und die Stresssituation wird nochmal gemindert. Das ist dann aber natürlich schon eher was für so ein Schätzchen, für die breite Masse im Haus eher ungeeignet. Wenn ihr die ganzen Sachen so ein bisschen beachtet, habt ihr mit Grün- und Zimmerpflanzen auch im Winter keinen Stress. Und falls ihr Fragen habt, schreibt die mal gerne drunter, ich gucke da, dass es alle beantwortet. Dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst in einem neuen Video und ihr habt richtig viel Spaß mit Grünpflanzen und Zimmerpflanzen auch im Winter. Bis bald, ciao! . . .